nein bitte vorbilder es ist es muss nicht es muss nicht es kann nicht sein bitte macht vollbild ich will doch nur minecraft spielen ich brauche aber die reaktion für heute gebt servus bruder jetzt können wir uns wieder in mein lieblingsformat rein das heißt ihr habt mir tinder chats, instachats, sonstige chats, ihr habt mir alles mögliche gesendet was ist das? wir schauen jetzt wie kreativ oder bodenlos zum teil die community war oder irgendwelche fremde und ganz klassisch lese ich die chats vor als person a oder jetzt ein gönner g ich hatte das gefühl ich höre auf zu reden ich werde nicht trinken der wird mir viel zu teuer sein ganz ehrlich ich wusste ich bin keine 10 von 10 aber profil löschen? really? Aua Digga wenn jemand die beine in die hand genommen hat dann niemand geringeres als alia wer auch immer diesen chat gesendet hat glaub mir so schlecht kannst du nicht aussehen du und jasmin hatten ein match am 16.3.23 Nils der wie kann man mit so ner bohlenlosen frage direkt reinkommen ich verstehs nicht bist du jungfrau was eine scheiß frage du hast ein match allein dass du schon ein match hast muss ja krass sein aber dann ist das deine erste frage der meint das sternzeichen alles gut digga eil ich dich gern alles klar digga und wenn versteh ich gar nicht wieso das ich geklappt haben könnte du denkst du bist schon ganz unten angekommen dann kommt der typ und setzt noch eins drauf beziehungsweise runter tatsächlich bin ich noch jungfrau das min ist hättest du nicht schreiben müssen dafür gibt es eine viel bessere lösung wann und wo zur zeit ist sehr schlecht definiere sehr hennos vom 40 sehr schlecht bin grad in der prüfungsphase oh my god oh my god dieser chat ist der ah herr absolute trümmerbruch was habe ich hier gerade vorgelesen hey was für duschgel benutzt du eigentlich bruder als ob man das weiß ja ok weil die meisten wissen sich digga jungs wird doch meine mutterkopf gefühlt neun sachen malte hat neun sachen und irgends dieser 30 dinge die da stehen nehm ich immer je nachdem worauf ich lust hab ist gut maschinenreiniger digga ich ne dusche und rohrreiniger anti ugly bitches shampoo du hast mich doch auch geliked haha du und hannah aua digga wir hatten ein match am 15.03.23 hier sind zwar keine socken schwieriges thema aber während ein süßes pärchen heule den kann ich tatsächlich nicht überraschung darf ich an dir schnuppern wie eine socke was der kam gut digga kein plan also ich würde gerne also es ist ja kein zufall aber was waren seine intentionen jo der kam grad gut an jetzt setze ich einen drauf das wird krass kommen ab hier nicht mehr weiter geht oder wer steht auf socken mdx tomatolix digga du und nele hatten ein match am 21.5.23 hey hab in deiner bio gesehen dass du gerne was trinken gehst was ist denn dein lieblingsgetränk wenn du unterwegs bist wodka e und ich stehe der sagt wenn deine putz mein rtl nach langer zeit ist hä wird digga bruder er sagt er auf einmal unfassbar männlich aus mein rtl bruder guckt euch an der sieht ja auch aus wie der männlichste mann nach langer zeit ist heute eine kooperation am start mit oh mein gott digga einem spiel in dem ich selber sehr viel zeit verbracht habe das heutige video ist gesponsert von call of dragons was zur hölle ist das das sieht aus wie dragon city digga ich dachte call of you ist ein mmo fantasy spiel das von den machern von rise of kingdom oh jungs der hat 100.000 power rise of kingdom das muss ein banger werden entwickelt wurde ja damit habe ich euch eigentlich schon oder die kooperation kann hier aufhören das spiel ist verfügbar auf pc oder auf dem handy hätte jungs wo ist mein handy das ist echt mein handy ist komplett kaputt wirklich hier oben ist es Panzertafer sonst bricht die kamera raus mein bildschirm ist festgeklebt sonst und pepe kuss 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 3337 hat gerade mit prime abonniert 18 monate schon depressiv viel spielmann dank dir pepe korrekt auf jeden fall mein handy ist hier mit tesafilm festgeklebt sonst fällt der bildschirm raus weil ich meine er ist alles kaputt ich erkenne gar nicht ich habe kein geld mit neues zu kaufen kuss briefe für den folgenden begriff alle angaben ohne gewehr behemoths sind einzigartige kreaturen in dem spiel oder der teilex hier beherrsche jetzt das schlafbett in einer welt voller unglaublichen kreaturen um der nächste drachenlord zu werden will ich glaube ich nicht momentan das könntest du sein der event in call of dragon statt wo wir eure hilfe benötigen wenn jemand hilfe benötigt dann auf jeden fall ich lade dir jetzt das spiel über den link in der video beschreibung mach ich nicht runter und nimm an dem event teil und das beste ist du kannst sogar was gewinnen mein rtl es gab noch nie einen besseren zeitpunkt um in die werbung zu gehen mia instagram ihr folgt euch auf instagram gegenseitig das ist doch schon mal ein guter start hey heißt du zufällig chucky hi äh ne der kam gut jungs der kam gut sieg daneben bitte nicht du und oliver hatten ein match am 21.1.23 hey vanessa sag mal kennst du mord ne und deinen mords will ich auch nicht kennen meinst du wohl auch du bist der einzige der saschas videos schaut uff digi vanessa Digga ich hab mich wirklich gefragt was mit mord gemacht ich hab's nicht gewusst ich würde Andi bringen jungs kennt ihr Andi Andi arbeit genau richtig so das ist so geil das ist und guck mal oliver ich gönn dir alles und er ist sogar von Herzen das ist oliver verbrecher der ist wirklich dein armen bruder richtig reingeschissen wenn eine dame kommt und ein bisschen kontert das finde ich einfach nice was darf natürlich nicht fehlen torben 19 wuff die edge torben ist gestorben jule nord 46 km away ist ein guter ist ein guter torben ist ein guter jungs sieht jetzt aus ist ein guter katchi ich bin kein experte mit knolli digga aber auch nicht böse gemeint aber ich weiß nicht ob es noch tinder so schlau ist als erstes bild das bild mit jens zu machen ich weiß gar nicht was du willst, ich bin doch sexy ich weiß gar nicht was du willst, ich bin doch sexy Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Sascha hat hochgeladen. Gerne, Pepe. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr nach dem Video ein bisschen verstört seid. Bin ich absolut, aber auch nach jedem Blick in den Spiegel. Ich auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Ich bin ein Erwachsener, Mann. Ich bin quasi Erwachsener. Ich könnte jetzt schon Kinder haben. Ich könnte Kinder haben, ich könnte eine Familie haben. Ich könnte wachsen. Das sah so groß aus. Zerstückeln. Zerstückeln. Allesamt. Auf süß. Good one.